Liebe Tarnreuterinnen und liebe Tarnreuter, ich stehe heute auf dem Schneckenberg, direkt an der Fläche, wo unser neues Baugebiet Stockert entstehen soll. Und ich stehe heute hier, weil wir heute den ersten richtig großen Schritt machen hin zu einer Vergabe der Grundstücke. Wir starten heute das Interessensbekundungsverfahren für dieses Baugebiet. Das heißt, ab jetzt können Sie sich auf der Internetseite der Stadt Tarnreut eintragen mit Ihren persönlichen Daten, mit auch Ihren Wünschen, damit wir wissen, wo eigentlich der Bedarf an Wohnraum, an Einzelhäusern, an Doppelhäusern in unserer Stadt liegt und damit wir dann auch das Vergabeverfahren für die Grundstücke des Baugebiets, aber womöglich auch für weiteren Wohnraum organisieren können.